Es ist ein wunderbares, engagiertes, aufmerksames Publikum und da freue ich mich ganz besonders, weil es so ein bisschen mit meinen kleinen Wurzeln ja hier auch. Ich bin hier zur Schule gegangen zwei Jahre und Großeltern und Mutter und alle kommen von hier. Also so ein kleines bisschen Rückkehr ist es, umso mehr freue ich mich in diesem wunderbaren Kino, weil ich als kleines Mädchen schon an der Hand meiner Mutter und meiner Großmutter Filme sehen durfte, dass ich heute hier spielen kann mit einem Film, der mir ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und ich möchte auch noch mal sagen, ich stehe hier wirklich nur, meine andere Hälfte fehlt. Also Katharina, die meine Tochter gespielt hat, gehört so sehr hier heute Abend und es tut mir unendlich leid und es fällt mir auch schwer und ich bin jetzt natürlich aufgeregt. Also die wird eigentlich zu zweit gehen. Ich stelle mich mal hier rüber, dass ich schließe. Vielen Dank.